Okay, sehr schön. Alf, hast du ein Testamentband? Gut. Okay, Micha. Ruhig in die Mitte. Und Applaus hier. Eins, zwei, drei, zwei, eins, vier, zwei, ein, vier! Okay. Tschau. Das ist ein rechter Dampfhauber, da steckt ganz schön Westerhinter. Respekt. Wilhelm, komm! Auf unseren Hausmeister, weil der hat sich Girsten so arg gedrückt vom Matten aufgebaut, dafür darf er jetzt Bratzen heben. Das ist ein Fischer, der muss seinen Engel richtig fest heben, deswegen schafft er das auch. Wie gesagt, die Kicks, wir fangen langsam an, da die Gefahr ziemlich groß ist, dass man sich selber schlecht beim Bratzen halte. Immer in die Beuge, sonst ist man zu steifend Fertig. Wir fangen, wie gesagt, locker an, um ein Gefühl für die Bratzen zu kriegen. Und dann kann man sich ja irgendwann mal vorstellen, wie das ist, wenn da ein richtig harter Kick kommt. Ohne Schutz. Und Applaus! Und, und, und die andere Seite. Und die andere Seite. Und auch hier wieder. Und so steht, bleib, ge, bewegen. Immer schön stehen bleiben, ist ganz wichtig. Und man hört es gleich klatschen. Und gut, und atmen. Zieh! 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 Okay. Gut, sehr gut, danke. Applaus! 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 Wir wollen die Aufredigationen. Gut. Applaus 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 Der Eisäck jetzt auftreten durch und da habe ich keine Idee. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt zwei Finger auf toldiert. Man könnt es immer nur so machen. Ja, und dann müsst ihr nachher jetzt voll mitmachen, ja. Aber alle. Und der, der drei weg hat, macht das halt immer mit einer. Also, das ist ein ganz, ganz Riesenabbaus von der ICE! Das ist ein ganz, ganz Riesenabbaus von der ICE! Das ist ein 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 ganz Riesenabbaus von der ICE! Peace out! I say! Applaus 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 Applaus